Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch jetzt nach den Feiertagen. Ich hoffe, ihr hattet nicht so viel Stress, nicht so viel Weihnachtsrummel. Kann ja manchmal schon anstrengend sein, gerade mit der Familie, mit der ganzen Familie vor allem, dann zu feiern. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, den ihr scheiße findet. Ich war sehr froh, bei meiner Familie zu sein und habe natürlich auch ein paar Geschenke mitgebracht. Ich habe noch nicht alle Geschenke beisammen gehabt, also ein paar Geschenke musste ich noch kaufen. Und das Video entsteht ja jetzt auch vor den Feiertagen. Und ich bringe es natürlich nach den Feiertagen, weil ich will ja nicht, dass jemand aus meiner Familie weiß, was ich ihm schenke. Deswegen habe ich hier jetzt mal ein paar Geschenke zusammengesammelt. Und ich möchte euch kurz zeigen, was ich zum Beispiel einigen Leuten aus meiner Familie schenke. Und ich möchte dann von euch wissen, was habt ihr denn so verschenkt? So, also das sind wirklich nur einige Sachen. Also es gibt da noch viel mehr. Meine Nichte zum Beispiel, die Susanne, die bekommt ein praktisches Geschenk. Ich liebe praktische Geschenke, weil ich selbst brauche halt auch kein TINIF. Ich habe halt lieber irgendwas, was wirklich sinnvoll nutzbar ist. Und zwar von Anker, eigentlich eine recht bekannte Firma, von Anker eine externe Batterie. Das heißt, mit dem Ding, das habt ihr aufgeladen in der Handtasche oder in der Tasche im Rucksack. Und wenn dann euer Handy-Akku, euer Smartphone-Akku oder das von eurem Tablet mal den Geist aufgibt und es keine Lademöglichkeiten in der Gegend gibt, dann nehmt ihr das Ding und könnt dann hier so ein bisschen Strom ziehen. Eigentlich eine praktische Sache. Und ja, da die Smartphones heutzutage nicht wirklich allzu lange Akkukapazitäten haben, es gibt sicherlich einige Ausnahmen, ist das ein praktisches Geschenk, wie ich finde. Ich hoffe, sie freut sich darüber. Wenn nicht, schreibe ich es einfach als Update drunter. Nein, die hat das gehasst! Für meinen Schwager, den Mann von meiner Schwester, gibt es ein Leatherman-Messer. Also Leatherman ist ja ein Hersteller von Messern und Werkzeug, allem Krims-Krams. Und das ist ein schönes kleines Messer. Das kann man auf alle Fälle auch mal auf eine Reise mitnehmen. Wenn man es extern oder speziell verpackt, gibt es da eigentlich kaum Probleme. Das ist eigentlich ein Messer zum Wandern. Das ist ein praktisches Ding. Das kann man sich an die Gürtelschnalle packen. Und wenn mal was geschnibbelt werden muss, dann hat man ein kleines Messer dabei. Ich finde, das ist ein ganz schönes Ding. Und ich glaube, der mag auch Messer, weil er hat mal sowas angedeutet. Ich hatte mal irgendwie so ein Messer und dann wollte er ganz genau wissen, was ist denn das für ein Messer und wo hast du das her? Und ich glaube, der freut sich drüber. Für meine Nichte Conny, die mag Mangas. Und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und deswegen gibt es für meine Nichte Conny diese drei Taschenbücher, würde ich sagen, von Black Butler. Band 1, 2 und 3. Und das hat sie sich gewünscht. Ich habe sie ganz einfach gefragt, was wünschst du dir? Was würde dich freuen? Und sie hat mir das dann erzählt. Und dann habe ich gesagt, naja, dann schauen wir mal. Und ja, ich denke, darüber wird sie sich freuen. So, dann der Freund von meiner Nichte, der ist Battlefield Fan. Und hier habe ich noch das auf dem Lager gehabt hier. Eine schöne Battlefield 4 Umhängetasche. Und die werde ich ihm einfach schenken. Da wird er sich bestimmt auch drüber freuen. Vor allen Dingen, das ist ja praktisch. Also, damit kann man Krimskrams transportieren. Und außerdem kann man sich dann noch ein bisschen mit Battlefield schmücken. So. Ich hoffe, dass er das Spiel nicht allzu sehr hasst. Ja, sonst ist das natürlich doof. Muss ich die Tasche behalten oder verlosen? Ich frage mich bloß, an wen? An wen könnte ich diese Tasche dann verlosen? Naja, vielleicht fällt mir noch was ein. So. Meine Nichte Conny hat übrigens auch im Dezember Geburtstag, am 5. Habe ich nur gratuliert. Aber ich schenke ihr noch diese Tasche. Eine Zelda-Tasche. Und ich hoffe, darüber freut sie sich. Ich meine, Zelda ist ja wohl cool, oder? Deswegen gibt es dazu auch noch diesen schönen Zelda-Schlüsselanhänger. Und eine Plakette mit irgendeinem komischen Pokémon oder so. Ist auch noch dabei. Für meine Mama habe ich ein spezielles Geschenk. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Habe ich ja mal irgendwie den Raspberry Pi vorgestellt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Ja. Und das ist eben eine Sache, meine Mama hat jetzt, sie hat kein Smart-TV, sie möchte aber ab und zu gerne mal im Internet was nachgucken und vielleicht mal die, was weiß ich, die Lotto-Zahl. Ja, kann man natürlich auch im Teletext. Nein, aber ich sage mal, irgendwelche Bahnabfahrtzeiten oder ein Bahnticket bestellen oder irgendwas anderes. Sie braucht dazu aber keinen Laptop oder ein Tablet oder irgendwas. Das möchte sie alles gar nicht. Sie möchte das lieber alles am Fernseher bedienen. Und da habe ich natürlich ein paar Lösungen schon im Internet gefunden. Unter anderem hat sie jetzt schon seit zwei Jahren so eine Android-Box. Die habe ich damals bei Pearl irgendwie günstig gekauft. Aber das Ding war jetzt nicht so der Bringer. Also das ist kein wirklich gutes Gerät. Beziehungsweise die Software da drauf ist kein gutes Android. Beziehungsweise es ist nicht wirklich für das Gerät gemacht. So. Deswegen den Raspberry Pi. Den bekommt meine Mama. Der wird an Fernseher angeschlossen und kann halt mit einem Linux-System ganz normal als Computer benutzt werden. Oder eben hier auch mit einem XBMC-System, was hier drauf ist, als Mediacenter. Mit dem man dann ganz normal halt irgendwie Videos bei YouTube gucken kann oder sonst irgendwelche Mediatheken anzapft. Finde ich ist eine schöne praktische Sache. Ein nettes Gerät, wie ich finde. Kostet nicht viel Geld. Sieht auch noch ganz nett aus, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, meiner Mama gefällt es. So. Übrigens, hier kann man auch ein Android-System drauf installieren. Wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht. Das bekommt also meine Mama. Und das war es jetzt erst mal soweit. Ich hatte noch ein Geschenk bestellt für meinen Bruder. Nächste. Möchtest du mir mit? Möchtest du mir mal? So, ich hatte noch ein Geschenk bestellt für meinen Bruder. Und zwar wollte ich dem eine Armbanduhr schenken. Und die ist aber leider nicht angekommen, weil der Lieferant Hermes nicht richtig tickt. Keine Ahnung, wie ich das umschreiben soll. Also bisher bin ich immer sehr unerfreut, wenn es mit Hermes gebracht wird. Weil Hermes versucht zu liefern. Ich bin natürlich nicht da, weil ich arbeite tagsüber. Und Hermes versucht dann noch zweimal zu liefern. Also insgesamt dreimal liefern die. Und wenn man nicht da ist, dann geht es zurück. Es sei denn, man sagt dort Bescheid. Bringt es bitte in so einen Hermes-Shop. Und da wäre mir am liebsten, wenn Hermes das standardmäßig macht. Wenn Hermes vorbeikommt und ich bin nicht da, sollen sie es in so einen Hermes-Shop bringen. Weil dann kann ich es am nächsten Tag abholen. Das war eben nicht der Fall. Ich habe halt angerufen und dann konnte ich es eben nicht am nächsten Tag abholen, weil die Frau gesagt hat, nee, und jetzt ja Wochenende und Haar und Huhn. Hä? Und dann ist es erst Montag in dem Hermes-Shop. So, dann bringt mir das natürlich nichts, weil wenn ich Montag schon im Bus zu meiner Familie sitze, dann kann ich natürlich den Scheiß nicht im Hermes-Shop abholen. Dann hat sie gesagt, ja, kein Problem. Schicken wir es einfach nochmal am Samstag vorbei. So, ich habe das aufgenommen. Alles klar, wunderbar. So, und dann frage ich mich, Samstag, Mensch, der kommt nicht. Was ist denn damit? Rufst du mal an. Und dann sagt die Frau am Telefon, leider nein, leider gar nicht. Heute wird nichts mehr geliefert. Dann sage ich, ja, wieso? So, ja, keine Ahnung, ist zwar aufgenommen hier, dass die Lieferung heute erfolgen soll, aber da ist kein Auftrag rausgegangen. Ja, und nun? Ja, wir könnten es am Montag dann vielleicht nochmal liefern. Ja, cool, ihr könnt ja vielleicht schnell neben dem Bus auf der Autobahn fahren und mir das dann einfach durchs Fenster reinreichen oder so. Naja, wie auch immer, muss ich jetzt also für meinen Bruder noch ein Geschenk besorgen. Mal gucken, vielleicht wird es dann ein Buch oder so. Der freut sich eigentlich immer über Bücher. Ansonsten, ja, war es das jetzt von mir. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, ein schönes Fest. Mich würde mal interessieren, was habt ihr so verschenkt. Schreibt es mir mal bitte in die Videokommentare. Mich würde das mal interessieren, was ihr so verschenkt. Das war es jetzt erstmal hier von mir. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschö. Ich muss irgendwo hier drauf drücken, glaube ich.